Muss ich mal Nico anrufen, was er anders macht als ich? Ich glaube, Platz 2 ist ganz okay. Aber ich kämpfe noch für den Ersten. Ich rufe mal an Nico und frage, was ich noch verbessern muss, dass ich zum Erotischsten gewählt werde. Vielleicht brauche ich auch ein bisschen Reife noch, weil Reife soll ja auch sexy sein. Die habe ich halt noch nicht. Vorher noch zehn Jahre, dann gewinne ich die Wahl.